Na, welches Zimmer haben wir? Was ist los? Ich kenn den. Warum hast du mir das nicht erzählt? Ist ja so lange her. Wo soll man da anfangen mit Ende 40? War das der ausgerechnet hier im Gellert wohnt? Ich wollte mit dir anstoßen. Es nervt. Bist du eifersüchtig, Paul Schneider? Was hat das alles mit mir zu tun? Hab ich was mit dir zu tun? Dann hat das was mit dir zu tun. Und danach? Habt ihr euch nie wieder gesehen, oder wie? Nie wieder. Das könnt ihr jetzt alles nachholen. Du brauchst nur rüber gehen. Liebst du ihn? Auf uns. Auf uns. Auf uns. Untertitelung des ZDF, 2020